Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2. Freunde, wir sind ja jetzt hier gelandet und du bleibst erstmal hier. Hast du gedacht, wa? So, da hinten ist Igor, der Metzger. Ich weiß nicht, ob wir den platt machen sollen. Oder ob wir einfach nur vorbeischleichen sollen. Wir probieren es mal mit vorbeischleichen. Guck mal, liegt hier was? Nee. Ja doch, aber ich brauche das jetzt nicht. So, gehen wir mal da durch. Oh, diese Musik schon wieder. Ich mache nur ein bisschen langsamer. Ich habe keine Lust, schon wieder einen Herzinfarkt zu kriegen, wenn einer um die Ecke springt. Äh. Gucken wir uns erstmal um. Ich sehe etwas in dem Tank. Mhm. Die andere Leber. Was sagt mein Inventar? Ach. Nee. Hä? Achso, falsche Tasse. Warte. Warte, was? Achso, wir hatten ja den Schlüssel. Okay, wir müssen das irgendwie aktivieren. Warte, was passiert denn, wenn ich... Mehr Blut rein? Holy moly. Okay. Hm. Ich denke mal... Wir müssen die Maschine in Gang setzen. Kann das sein. Yeah, grünes Kraut. Achso, für den Boss-File sind wir eigentlich gut gerüstet. Mal sehen, ob ich es jetzt hinkriege. Okay. Okay. Wow, da war ja mal im Kreis drin. Das war ja mal... Bam. Mensch. Das läuft ja weiter. Okay. So. Wie... Wie funktioniert das jetzt? Ich wette. Hier kommen gleich Gegner. Okay. Okay, das war zu spät. Ich wette das mal. Ne. Noch zeitiger. Okay. Dimm, 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 dimm. Ne. Noch zeitiger. Holy shit. Warte mal. Mora, du kannst das eigentlich machen? Okay. Mora, du machst das schon. Dimm, 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 dimm. Oh, waja klar. Machst du das? Schaffst du das? Okay. Dann kann ich wieder rüber gehen. Ach, falsche Seite. Okay. Einmal noch. Dann geht hier richtig der Punk ab. Glaube ich. Ich bin. Dimm, 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 dimm. Ach, noch mehr. Okay, warte, 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 blä... Oh, was? Ich dachte, das war's. Na, wo kommt's? Äh, war's das jetzt, oder was? Ach, ne, da... Oh, da kommt ja ein riesen Brocken. So, klick. Oh, nö, ne? Hm, warte mal, wir haben ja genug. Eber Replik, okay. So, dann können wir hier raus. Boah, jetzt bin ich grad erschrocken. Alter, was geht denn jetzt ab? Ich muss jetzt nicht echt gegen den kämpfen, oder? What the fuck? Raus hier. Ich seh' nix mehr. Ich hab grad'n Soundbuck. Ach, wie ist denn eigentlich? So, wie ist es wichtig? Ja. Okay. Ebert? Warum hatte ich gerade einen Soundbug? Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch sehen werdet. Aber. Oh Gott, ich Idiot. Eine scheiß Statue. Und wir hatten einen Höllenspaß. Komm schon. Ja, das war wirklich ein Höllenspaß. Okay. Oh Gott, warum ruckelt denn das jetzt so? Warte mal, du kannst ein bisschen... Oh, ein Schreibtisch wäre mal nicht schlecht für Munition. Dann kriegst du mal das. Und... Nimmst mal... Hä? Achso, ich habe ja eins genommen. Okay. Eine P10. Okay. Was kann die denn? Oh, nix. Okay, gehen wir mal weiter. Boah. Boah. Okay, das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Ich würde am liebsten nach Hause fahren. Leck mich. Was ist das? Gott. Irgendwas ist doch hier oben. Wenn ich da jetzt durchgehe, war's das. Ich muss da durch, Leute. Ich muss da durch. Boah. Was ist denn... Oh, nö. Ich muss da durch. Was ist das? Ich muss da durch. Was macht's? Was macht ihr mit Neo? Der Geist. Der Geist. Der werft sich der Wicht. Jetzt wird der Mith. Der Feuer, der sich alles verbreitet. Ich wusste, das wäre eine Verbreite. Claire, renne! Hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Hä? Äh, what? Spiel, willst du mich rollen? Was soll ich hier machen? Ich hab keine Ahnung. Kann ich durch das Feuer rennen? Nö. Ach, ich bin ja so blöd, ne? Oh Gott. Und das unter Zeitdruck, ihr seid so dumm. Oh Gott, ich weiß, was gleich passiert. Schaffe ich das im Zeitrahmen? Ja, ne, ist klar, Spiel. Komm, 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 komm. Los, 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 los. Ich hab keine Lust auf den. Ich hoffe, der kann nicht klettern. Yo, kann er. Hä, wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Alter, das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Spiel. Hä, wo ist denn jetzt das Rad? Äh, warum mach ich das nicht gleich so? Ach man, das war wieder so offensichtlich. Ich könnte mir selber einen Arsch beißen. Mann, Junge, sieht, aber sieht fett aus. Sieht fett aus. Hätte schneller gehen können, wenn ich mich nicht so doof angestellt hätte. Aber man muss doch mal selbst kritik. Ja, sehe ich auch so. Hm, nein, die können wir nicht überraschen. Gehen sie durch die Kanalisation. Ne, das wird ja witzig. Warum jedes Mal so Garagentore? Barry macht das alleine in doppelter Größe. Aber wir haben zumindest erst mal wieder trockene Füße. Neal und die Mädchen sind in der Faktorien. Nein. Ich sollte dich hören. Neal nicht das Wort geschrieben. Er hat nicht. Er hat es nicht. Was ist mit Terrasafe? Ich weiß nicht diese Sache, die du sprachst. Keine Bracelet. Warum hast du keine Bracelet? Ich sehe dich wie eine Frau. Holy shit! Du wirst nicht wissen, was passiert? Du musst raus raus, bevor es zu late ist. Keine Zeit! Ich bleibe in meinem Haus. Jetzt geh weg! Du Leute kommen zu unserer wunderschönen Irland und wegnehmen alles weg! Alles, was jetzt passiert... Wer sind Sie? Geh und sterbe in deinem eigenen Ort. Hier ist meine Kapazitätsstufe 3. Ähm, was nehmen wir denn? Ich bin dafür, dass die Pistole... Der stupid Dinosaur... Hat der gerade blödes Fossil gesagt? Okay, wir haben die Karte, sehr gut. Wo sind wir hier? Okay. Sind da eigentlich... Aber bei den Gegnern, die da sind... äh waren... Da sind wir eigentlich gut weggekommen. Nur 1, 2, 3 plattgemacht. Was heißt plattgemacht? Gestunt. No way. Keine Chance. Okay, da geht's nicht weiter. Irgendwas ist hier unten mit uns. Und wer war der alte Mann? Okay. Auch im Wasser können wir gar nicht sprinten. Na gut, aber Freunde, ich würde sagen... Das war's erstmal für heute. Der Bug da fest, kann das sein? Doch nicht. Oder doch? Oder doch? Alter, echt jetzt? Ich finde das ein bisschen bescheuert gemacht, dass du, äh, nix mehr siehst. So, aber... Das war's wirklich erstmal für heute. Ich hab jetzt nur noch eben einen Boss, was heißt Boss, einen hässlichen Gegner platt gemacht und... Warte mal, ist da drüben was? Hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Jo. Ah, okay. Soviel zum Thema. Ich mach jetzt Feierabend. Ähm. Ernsthaft? Ist das denn unendlich Dingin, oder was? Ach, eigentlich brauche ich nicht schnell drücken, weil da passiert eh nichts. Der macht's eh nicht schneller. Wir haben's, wir haben's gesaved. Wir haben's gesaved. So, aber... Freunde, der Nacht, ich wünsche euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Revolution 2. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.